Trottmann AG kühlt. Chrom, Stahl, Kupfer. Die Spezialisten von Trottmann AG beherrschen die Verarbeitung all dieser Metalle. So erhalten die Kunden die ganze Linie der Kühlgeräteproduktion aus einem Haus. Trottmann AG pflegt das Große und das Kleine. Maßgeschneiderte Lösungen kommen bei Umbauten in Metzgereien und Restaurants bestens zur Geltung. Als Kühlmittel setzt Trottmann auch natürliche Geltemittel wie CO2 ein. Ein effizienter Beitrag zum Schonen von natürlichen Ressourcen. Der Störungsdienst ist während 24 Stunden und 365 Tagen präsent. Ihr Kühlgut ist so bestens aufgehoben. So macht Trottmann ihre Kunden zufrieden. Die Abwärme wird für Heizung und Warmwasser genutzt. Ein Beitrag für unsere Umwelt. Testen Sie uns und unsere individuell abgestimmten Lösungen. 062 797 4777